Hallo Mama, was ist denn los? Warum rufst du mich an? Daniel, du musst schnell ins Krankenhaus kommen. Deiner Oma geht es nicht gut. Sie möchte dich unbedingt sehen. Daniel, du musst schnell ins Krankenhaus kommen. Deiner Oma geht es nicht gut. Sie möchte dich unbedingt sehen. Oh nein, ich komme sofort. Oh nein, ich komme sofort. Ich muss schnell losfahren. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist und dass meine Oma wieder gesund wird. Meine Oma ist sehr wichtig für mich. Ich konnte von ihr viel lernen und sie war immer für mich da, auch in schwierigen Zeiten. Meine Oma ist sehr wichtig für mich. Ich konnte von ihr viel lernen und sie war immer für mich da, auch in schwierigen Zeiten. hier ist das Krankenhaus. Ich muss schnell reingehen und meine Oma finden. Hallo, ich suche meine Oma. Sie heißt Frau Schneider. Hallo, ich suche meine Oma. Sie heißt Frau Schneider. Und sie sind ihr Enkelsohn? Und sie sind ihr Enkelsohn? Ja genau, ich bin ihr Enkelsohn. Meine Mutter hat mich angerufen und mir gesagt, dass sie mich sehen möchte. Ja, genau. Ich bin ihr Enkelsohn. Meine Mutter hat mich angerufen und mir gesagt, dass sie mich sehen möchte. Natürlich, ihre Oma ist in Haus 2 in Zimmer 12. Sie können mit ihr sprechen. Natürlich, ihre Oma ist in Haus 2 in Zimmer 12. Sie können mit ihr sprechen. Ich danke ihnen. Hallo, Mama. Wie geht es, Oma? Was ist denn passiert? Hallo, Mama. Wie geht es, Oma? Was ist denn passiert? Sie hatte einen Schlaganfall und wollte unbedingt, dass du vorbeikommst, um mit ihr zu sprechen. Sie hatte einen Schlaganfall und wollte unbedingt, dass du vorbeikommst, um mit ihr zu sprechen. Oh nein, aber sie wird wieder gesund, oder? Oh nein, aber sie wird wieder gesund, oder? Das kann man noch nicht sagen. Auf jeden Fall bleibt sie erst einmal hier im Krankenhaus. Das kann man noch nicht sagen. Auf jeden Fall bleibt sie erst einmal hier im Krankenhaus. Danke, dass du gekommen bist, Julian. Danke, dass du gekommen bist, Julian. Natürlich, Oma. Mach dir keine Sorgen. Du wirst wieder gesund. Natürlich, Oma. Mach dir keine Sorgen. Du wirst wieder gesund. Sie wird erst einmal in ein anderes Zimmer verlegt. Dann kannst du in Ruhe mit ihr sprechen, Julian. Sie wird erst einmal in ein anderes Zimmer verlegt. Dann kannst du in Ruhe mit ihr sprechen, Julian. Alles klar. Alles klar. Hallo, Oma. Wie fühlst du dich? Du wolltest mit mir reden. Hallo, Oma. Wie fühlst du dich? Du wolltest mit mir reden. Hallo, mein Kind. Mir geht es nicht gut. Ich weiß nicht, wie lange ich noch für dich da sein kann. Ich wollte dir noch ein paar Dinge weitergeben, die ich im Leben gelernt habe. Ich wollte dir noch ein paar Dinge weitergeben, die ich im Leben gelernt habe. Ich lerne immer gerne von dir, Oma. Aber du wirst wieder gesund. Ich lerne immer gerne von dir, Oma. Aber du wirst wieder gesund. Ich hoffe es auch. Aber wenn nicht, wollte ich dir noch ein paar Tipps für dein Leben geben. Ich hoffe es auch. Aber wenn nicht, wollte ich dir noch ein paar Tipps für dein Leben geben. Okay, Oma. Ich höre dir zu. Okay, Oma. Ich höre dir zu. Ich möchte dir raten, immer auf dein Bauchgefühl zu hören. Ich musste schon viele schwierige Entscheidungen treffen und habe gelernt, dass mein Bauchgefühl fast immer recht hatte. Das mache ich auf jeden Fall, Oma. Danke. Das mache ich auf jeden Fall, Oma. Danke. Dann möchte ich dir raten, immer ehrlich zu sein, vor allem zu deiner Familie. Lügen machen das Leben nur komplizierter. Wenn du immer ehrlich bist, wirst du viel weniger Probleme und Konflikte haben. Dann möchte ich dir raten, immer ehrlich zu sein, vor allem zu deiner Familie. Lügen machen das Leben nur komplizierter. Wenn du immer ehrlich bist, wirst du viel weniger Probleme und Konflikte haben. Ich fange gleich heute damit an, Oma. Ich fange gleich heute damit an, Oma. Einen Tipp habe ich noch für dich. Versuch, so viel wie möglich auszuprobieren, vor allem solange du noch jung bist. Nur so erfährst du, was dich wirklich glücklich macht. Das ist wirklich ein guter Tipp, Oma. Das ist wirklich ein guter Tipp, Oma. Hast du alles verstanden, Julian? Hast du alles verstanden, Julian? Ja, Oma. Ich glaube schon. Ja, Oma. Ich glaube schon. Sehr gut. Dann kann ich in Frieden gehen. Sehr gut. Dann kann ich in Frieden gehen. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutsch lernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß.